Da hätten wir das Schloss. Das sind die Engel, ich habe keine Ahnung, das sind glaube ich jetzt nicht die Freunde oder? Das ist die See, das sieht nach Familie aus. Hier hinten haben wir keine Bilder. Moment, ich gucke mir das noch schnell an. Okay, schön. Also wir haben Schloss, Familie, Schloss, Familie, Angestellte, wahrscheinlich das da oder zwei Freunde, Engel und die See. Und das ist komplett falsch, weil ich halt echt nie... Muss ich das so schnell machen? Nee. Das geht ja gleich wieder aus. So schnell kann ich gar nicht drücken. Muss ich das anschießen? Nee, das glaube ich auch nicht. Ich habe hier aber auch irgendwie... Ah. Muss ich hier so Dinger suchen vielleicht? Moment. Nee. Ach, ernsthaft. Ich muss da einen Schlüssel reintun. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Ich brauche, glaube ich einen Schlüssel oder so. Oh, what the... Ja, okay, das war eindeutig. Eindeutig zu erkennen, was hier ist. Ah, wir gucken jetzt nochmal. Ah, hier ist nochmal. Ah, achso, nee, hä, okay. Ich habe mehrere Kriege mit mehreren Schwertern geführt. Ich habe verzweifelt gebetet, denn ich weiß, dass viele Menschen durch meine Hände getötet wurden. Ich fühle mich lange Zeit allein und verlassen, aber ich hatte immer Hoffnung. Selbst wenn der Schmerz mir körperlich nichts anhaben konnte, sondern irgendwie ein Fels auf meiner Brust lastete, erlag ich nie der Versuchung des Teufels, mir durch den Strang des Lebens zu nehmen. So, was haben wir hier drin? Keine Munition. Oh, Maschinengewehr. Oh, ich glaube, jetzt kommen wir zu interessanten Sachen. Und dann... Da ist schon nichts. Kannen wir hier noch was? Haben wir hier was? Auch nichts, auch nichts. Kann man auch nichts öffnen? Dann gehen wir gleich durch. Haben wir hier jetzt noch was mit der Camp? Nee. Oh, geil. Schon noch dann? Nur mit... Oh, nee. Ich bin da voll. Ach, uh. Maschinenkugeln. Äh, Pistolekugeln. Ist auch nichts. Auch nichts. Ach nee, jetzt ist mein Inventar voll. Aber hier ist schon echt keine Kiste, gell? Nee, die gibt's auch aus dem dritten. Ach, scheiß drauf, komm. Ich fahre jetzt wieder runter rein und nahe kommt schon hin, wer da ist der. Oh, wow. Hier gibt's aber viele von den Dinger. Oh, wow. Umso, wie man das auch noch mal mit... Speicherstand gefunden. Was auch immer das bedeutet. Da müssen wir gleich mal schön mit der Cam gucken. Und hier ist auch nichts mehr. Ok, Speicherstandort. Da wird mir also nichts. Hier ist nur noch leere. Da hab ich auch aufgemacht. Kann jetzt mit dem Ring da drauf, oder? Nee, auch nicht. Hier ist eine Hand. Eigentlich ist das ja nur ein Zeichen, dass man die Cam braucht. Das war es jetzt, oder wie? Hier war jetzt nichts außer so ein Ding. Ein Speicherstand. Maschinengewärm-Muni. Und das war es. Na gut. Hier müssen wir wahrscheinlich Bilder sammeln. Hier haben wir auch schon geguckt. Dann können wir auch gleich... Oh, nee, dann kommen wir ja her. Jetzt gucken wir mal nochmal. Also ich muss die irgendwie zum Leuchten bringen. Wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge. Aber die gehen halt gleich wieder aus. Schloss. Familie. Angestellte Freunde. Der Engel. Und das Boot. Hä? Hab ich doch vorhin gemacht, war ich zu langsam, oder? Da war ich echt zu langsam vorhin. Aber mir fehlen doch hier jetzt die Bilder. Muss ich jetzt draußen sammeln. Moment mal. Ja, klar. Mein Gott, ist doch logisch, gell? Eigentlich vollkommen logisch gewesen. Kann ich die so auch aktivieren? Ja, kann ich. Also was haben wir denn hier jetzt gehabt? Ich hab mein Meere. Kriege. Kriege. Der Teufel. Dann haben wir hier. Allein. Zack, zack. Allein. Zack. Und der Teufel. Und es passiert nichts. Zack, zack. Allein. Schmerz. Teufel. Danke für nichts. Danke für nichts. Diese Schwerter. Beten. Beten. Allein. Das ist doch ein Teufel, oder? Nicht, dass ich das jetzt wieder falsch sehe. Nicht, dass ich das jetzt wieder falsch sehe. Hey, Rose. Wie geht's? Ähm, ja. Hat den... Okay, keine Ahnung. Hat geklappt. Irgendwie war der Tod für mich anders. Ähm, ja. Läuft gut. Ging eigentlich ziemlich schnell. Also, eigentlich bin ich glaube ich, wenn ich mich nicht... Äh. Täusche, bin ich nur einmal heute gestorben sogar. Ach so. Ja, ich wusste, dass du weg bist. Ich hab gedacht, du bist wiedergekommen. Naja, egal. Egal. Jetzt bist du ja da. X, Y und Schaf, S. Also, viel hast du jetzt nicht verpasst. Äh, man kann unendlich sterben. Das gestellt habe sehr oft. Aber wie gesagt, heute habe ich es glaub, bin ich nur einmal gestorben. Wenn ich mich nicht täusche. Ich will jetzt nicht sagen, war easy, aber mit mehr Munitionen war es echt easy. Hier kann man nichts aufmachen. Da liegt auch nichts drin. Genau, genau. Genau. Ah, geil. So ein Speicherpunkt wäre echt nicht schlecht, weil ich will jetzt irgendwie nicht hier jetzt wieder komplett runterrennen. Das nimmt halt echt Zeit weg. Sonst liegt hier nichts rum. Okay, hier ist unser Safe. Den machen wir gleich auf. Hier ist auch noch was. E-Mail von Pedro an Tome. Die Subjekte sind geflohen und ins Hotel eingedrungen. Ich weiß, dass wir unseren Flügel unter keinem Umstand verlassen dürfen, aber ich habe beschlossen, mich ein paar anderen anzuschließen und die unteren Etagen zu fliehen. Ich habe mein Zimmer abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Mir wurde Zimmer 709 zugewiesen. Auf dem Weg nach unten wurden wir angegriffen und ich wurde von der Gruppe getrennt. Das Treppenhaus vom Block B voller Schutt, weshalb ich gezwungen war, die 5. Etage zu durchqueren, um zu Block A zu gelangen. Im Büro muss eine weitere Schlüsselkarte sein, mit der man hierher kommt. Ich befinde mich derzeit in der dritten Etage, Zimmer 303. Sollte ich wieder fliehen müssen, werde ich den Schlüssel zu Zimmer 709 hier zurücklassen. Für das Prinzip des freien Willens. Verdammt! Natürlich haben sie es entschieden, auf der dritten Seite des Hotel. Ich muss einen Weg finden, um dort zu gehen. Ah, Ankündigung an den Sicherheitsdirektor des Zentralblocks. Alle Passwörter für Block A befinden sich in diesem Dokument. Beachten Sie bitte, dass für jedes Passwort eine eigene Zugangskarte erforderlich ist. Bewahren Sie diese Karten sicher auf, da die meisten dieser Orte unter einer Zugangsbeschränkung stehen. Nur autorisierte Personen dürfen diese Bereiche betreten. Es gelten keine Ausnahmen. Passwörter lese ich jetzt nicht vor. Den Wisch nehmen wir mit. Eine blaue Karte. Okay. Die haben wir auch schon gebraucht. Dazu hier mein Freund. Laten wir weiter. Also hier haben wir nichts mehr vorerst. Dann gehen wir doch einfach mal speichern. Ich vertraue keinem Menschen hier im Spiel. Die wollen wir alle an die Wäsche. Die wollen wir alle an die Wäsche. Zack, 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 zack. Okay, hier ist alles safe. Einmal natürlich. Kennen wir ja schon. So. Jetzt gucke ich gerade mal. Aber noch schnitze ich da rein. Was ich denn hier alles habe? Eine Kassette die noch anlernen muss. Pistolenkugeln. Das Medipad bringt mir jetzt auch noch nichts. Die Kiste eigentlich auch noch nichts. Ähm. Ja. Ja. Dann machen wir jetzt erstmal. Ne. Maschinengewehr. Die lassen wir mal da. Die brauchen wir auf jeden Fall. Den machen wir jetzt mal weg. Ähm. Dann holen wir uns den. Dann legen wir jetzt die auch mal weg. So. Dann kombinieren wir jetzt erstmal die zwei. Ja. 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 Da kommt eigentlich einmal 79. Scheiße. Nehmen wir die jetzt mit, weil ein bisschen Platz haben wir. Gleich nochmal. Wir haben eine Blaue Karte. Die haben wir wohl gebraucht. Oben war nichts mit dem Stolper am Brecheisen, das konnte ich nicht nehmen, weil mein Inventar zu voll war. Ich glaube, damit kann ich wahrscheinlich die Türen aufbrechen. Aber wo waren die? Jetzt war der hier drin. Ich glaube, der war hier, ja. Ja, da ist es. So, ich laufe jetzt hier echt nur noch mit der Knalle rum, ich sag's euch. Dann gehen wir jetzt trotzdem noch mal in die dritte, weil da waren eh eine Kette. Oh, da wird schon ein bisschen drüber, ein bisschen Bild. So, jetzt gehen wir einmal, ähm... Hä, wo bin ich jetzt... Oh, nee, scheiße, ich muss in den fünften. Oh, ärgerlich. Jetzt gucken wir, ob man hier mit der Brechstange reinkommt. Also, ob die dafür ist. Abschießen kann ich auch nicht. Und was hab ich sonst nicht da? Nein. Also, diese Brechstange ist nicht für hier. Und hier ist das ja eingestürzt, alles. Hier komme ich ja nötens hin. Am siebten war nur noch das Bett. Am sechsten. Ach, hier geht der Tür drauf. Ah, sehr gut. Okay. Jetzt müssen wir ausschauen, halt noch so Viecher. Oh, 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 oh. Ach, hier kommen wir jetzt wieder weiter. Boah, Leute, das ist halt eine Atmosphäre gerade hier. Nee, guck mir jetzt mal hier im sechsten rum. Wobei, hier im sechsten rum, kennen wir uns ja schon aus. What the fuck am I gonna go? Alter, Junge. Fuck, ey. Alter. Boah, scheiße, der Hund. Ich schaue mich jetzt hier erst mal um, Leute. Boah, scheiße, ey. Ah, fuck, hier brauchen wir einen Code. Nee? Nein, wir brauchen jetzt... Was brauchen wir denn hier für eine Karte? Ich brauche hier eine rote. Und dann muss ich jetzt nochmal eine rote Karte holen. Shit, ey. Okay, die habe ich jetzt nicht da. Was haben wir hier? Handabdrücke. Was? Ah, da fehlt ein Hebel. Okay. Ich gucke mir jetzt hier trotzdem nochmal einmal um. Alter, hat mich dieses Viech erschreckt, ey, gerade eben. Yo, Herzkasper, ohne Scheiß, Leute. Oh, warum spiele ich das? Ähm, was haben wir denn hier Schönes? Okay. Fuck, hab ich mich jetzt erschrocken. Muss ich mal nachladen, ey. Leck mich am Arsch, ey. Haben wir hier Munition irgendwo noch rumgefahren? Auch nicht, schade. Ich weiß halt echt nicht, wo ich mich hier bewegen kann. Ja, wir laufen hier halt so ganz gemütlich und, keine Ahnung, plötzlich steht um die Ecke so ein scheiß Viech da. Der hat mich voll weggerissen, ohne Witz. Ähm, hier ist jetzt nichts. Fuck, ich hab meine rote Karte nicht dabei. Oh, nee, jetzt kommt, jetzt falle ich nochmal runter. Ich brauche die Karte. Scheiße, ey. Die Karte nicht mit mir rote. Äh, falsch, falsch, falsch. Und jetzt kommt die Karte, richtig, richtig. Zurück, wenn wir hier schon, was schmeiße ich jetzt raus? Ähm, hier. Nimmt der die rote Karte, oder? Ja. Ähm, wo sind wir denn? In welchem Stock? 7, 7, 7, 5, 4, 9, 2, 7, 7, 5, 4, 9, 2, 7, 7, 5, 4, 9, 2. 7 7 5 4 9 2 Ähm, ja komm. Keine Ahnung, kommt nichts. Aber dann nehmen wir das auf jeden Fall mit. Was haben wir da? Haben wir da irgendwas? Vorhin habe ich noch was gefunden. Der will auch einen Schlüssel. Also hat uns das hier ehrlich gesagt nicht viel gebracht. Guck hier. Hier ist was dahinter aufgezeichnet. Keine Ahnung was es ist. Egal, ich weiss mal wo es ist. Ah, ah ne da brauche ich einen Schlüssel. Okay, dann. Geben wir jetzt halt eins weiter runter. Problem ist die Viecher laufen hier rum. Gell? Das kriege ich das jetzt auf? Ne, auch nicht.